Es gab ein Vorkommnis auf Merkur. Die Vex-Aktivität stieg dort exponentiell an. Jemand hat genau diese düstere Zukunft vorhergesehen. Er war mein Mentor, Osiris. Reise zum Merkur und finde Osiris. Nur noch zehn Sekunden. Wunderbar! Das ist wunderschön! Kasisch nicht. Absichtbar. Pohlen. Unterscheidung. K onesie. Stimmengewirr. Wunderbar. Du lässt das so leicht aussehen. Erweitere dein Abenteuer mit dem Destiny 2 Erweiterungspass.